So, und dann haben wir hier oben natürlich dann... Norsten Norsten. Scheiße, das ist aber echt doof. Ja. Mist. Scheiße. Norsten. Norsten, ja, Norsten. Norsten ist gut. Aber nur bis hier, weil da oben haben wir dann Nor-Norsten. 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 Norsten. Kreuzenbruck. Kreuzenbruck. Ne, das ist Norsten. Norstenbruck. Geil. Und das ist dann... Ostenbruck. Ja, Ostenbruck ist besser. Ostenbruck, ja. Ostenbruck. Und das bleibt bei Worsten. Also Worsten passt einfach. Wir nennen es ja so. Okay, Worsten. Aber es sind natürlich die Brucks. Ja. Wöbtown. Bruck. Bruck. Ja, warte mal. Wöbtown. Bruck. Weißt du, das ist so ein Stadtteil? Ja, genau. Das ganze Land heißt Wöbtown. Aber das ist Brug. Stadtteilbruck. 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 Geil. Stadtteilbruck. Ja, herrlich. Ostenbruck. 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 Und Norstenbruck, Alter. Geil. Herrlich. Norstenbruck. Norstenbruck. Okay. Gut. So. Norsten. Wie sieht es aus mit den Schulen? Ui. Oh, da oben brauchen wir Schule. Grundschuhe. Oh, ist die teuer. Übernehmen wir uns gerade. Wir haben keine Kohle. Ja, das ist normal. Wir brauchen immer noch Hartgewerbe. Das da drüben reicht nicht. Oh, die. Wir müssen während den Worsten bauen. Wir könnten. Ja, machst irgendwie einen Kreisverkehr. Ja, denn den Worsten ist voll. Achso, wir müssen den Worsten bauen. Wir müssen den Worsten erweitern. Ja, verdammt nochmal. Ich würde aber gerne erstmal vorhandenes Füllen. Mach das. Das ist richtig. Kein Benzin mehr. Wir tun unsere neue Tankstelle. Alles klar. Wurde gemacht. So. Gut. Gewerbe. Passt. Ja. Wir wollten noch ein wenig Industrie nach. Achja. Nach Ostenbrück. Nostenbrück bauen. Na. Schön, wie wir selbst nicht durcheinander kommen. Oh. Oh, wir sind ein Städtchen. Oh, wir haben Kohle gekriegt. Sehr gut. Das hat gut getan jetzt. Ja. Ja. Elf Punkte. Ui. Ui. Erstmal große Brücke. Nee, 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 nee. Stopp. Das ist ein Gaskraftwerk. Wir müssen mal woanders hin entwickeln. Genau. Nicht nur noch die Kohle. Wasseraufbereitung. Recyclingzentrum vielleicht, oder? Uni. Uni. Oh ja. Recycling finde ich auch gut. Polizei-Hauptquartier. Sofort. Und das Sozialamt. Ja. So. Richtig. Dass das Sozialleister geht für die Bürger. So, dann müssen wir ein bisschen nach den Parks gucken. Mhm. Ja, passt der mal soweit? Echt? Also in Ostenbrück zumindest. Das gar nicht gut geht. So. Am Krankenhaus ist richtig schlecht. Aber echt. Mit denen wärs besser. Wir brauchen zwei Parks am Krankenhaus. Ja, für die kranken Leute. Sonst könnt ihr nicht genug entspannen. Das ist bedroff. Erstmal am Tunnel noch ein Park inbauen, klar. Na hier, im Industriegebiet. Ah, denn der Park wird doch eh verranzt dann wieder. Wieso? Das ist nicht der erste Teil. Okay. Guck mal, die bleiben so. Gut. Super. So. Jetzt wird hier natürlich... Oh, wir haben schon durch. Oh, wir brauchen aber nicht. Die Ringen ja auch dichter natürlich. Wir brauchen hier noch nicht. Ja, wir bauen aber für die Vorhandenheit dann mal. Ja, okay. Also, falls jemand rein will, kann er rein. Ne. Darum geht's ja. So, Industrie hier unten. Das ist ja schon da als Grundwasser. Er fällt richtig schön auf ein paar Seuchen. Ja, das freut uns. Ja. Ja. Sehr erfreulich. So, und wenn ihr da draußen auch erfreut seid von unseren Videos hier, dann könnt ihr doch gerne ein Abo da lassen und diesen Unfall begutachten. Ja. Ja. Hä? Der ist gegen sein Haus gefahren. Das ist ein Motorrad, oder? Ja. Kommt schon der Öffesung. Öffesung. Können Sie mal der ausgehen. Da ist ein Motorrad in meinem Haus. Hä? So eine Pfeife. Mensch. Kann der eigentlich mal richtig Motorrad fahren? Ja. Das ist doch Pindischaffen wieder. Aus der Hupfahrend. Das ist mit Gewerbelost. Okay, wir brauchen dringend die Uni. Mit hohe Qualifikationen. Da war teuer. Oh, oh, oh. Aber die brauchen es. Die haben auch eine Universität. Alter, ist die riesig. Ja, hier ist die Hochschule, ne? Ab in den Boston. Alter Schwede. Junge, Junge. Hogwarts lässt grüßen, Alter. Komplett, Alter. Jetzt brauchst du gar einen extra Straßenanschluss hier. Ja, kein Problem. Komm mal hin. Naja. Wer wären wir denn? Für die Universität macht man doch alles. Eben. Guck mal, wie schön die umschlossen ist. Geil. Dass wir jetzt auch gar nicht mehr anbauen können. Ganz schlau gemacht. Jetzt machen wir direkt wieder weg. Ja. Das hier, obwohl die kann bleiben, die können wir durchziehen. Mhm. Boah, das ist ja der Shit. Was? Oh, nö. Was ist der Shit? Das wird direkt... Nein! Was hat denn vor? Die Kreuzung. Alter. Das wird eine große Straße direkt. Dann muss man hier an den Kreisverkehr angehen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Zwischen den Parks durch. Ja. Oh, sehr schön. Oh. 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 Oh, stop-lo. Jetzt müssten wir wieder reichlich haben, wir können jetzt wieder sogar 250 Megawatt exportieren. Sehr gut. Okay, das reicht uns eine Weile. Dann haben wir das Sozialamt natürlich. Jetzt aber langsam mit der Kohle, ja. Ja, weil das geht auch sehr gut nach unten gerade. Oh, das ist gut. Ach, wir haben noch gar nicht angehoben. Mach mal zwölf, oder dreizehn. Dann würde ich sagen, hier ist ja das Schöne. Ah, dann kann man ja sagen, wer wieviel zahlen soll. Und da steigen wir. Oh mein Gott, das ist richtig schön. Oh, guck. Geil. Gewerbe ist Gewerbe, wirst du wahrscheinlich nicht viel. Nee, nee, guck mal hier, Alter. Du kannst jedes Produkt richtig hart besteuern. Oder subventionieren. Du kannst sogar unterstützen, wenn die das produzieren. Ja, ja, ja. Das ist ja das Ding. Voll das krasse Wirtschaftssystem in dem Spiel hier. Nice. So, jetzt haben wir aus den 150.000 nämlich nur noch 230.000 gemacht. Okay, sehr gut. So, nach 422 Tonnen müssen wir im Monat importieren von Weizen. Das heißt, danach sollten wir jetzt gucken, dass wir aus unserem tragischen Minus rauskommen. Wenn wir ein Land haben. Wenn wir ein Weizenland haben. Hier. Sehr schön, das ist gut. Da, wo ja eh das Feld war. Ja. Die Frage ist jetzt nur, wo fahren wir straßenmäßig da hin? Am besten. Am besten. Vom Wosten aus, oder? Unten. Vom Wosten hier? Da am Eck. Macht, glaub ich, am meisten Sinn. Oh ja, hau mal rein. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wo wir hin müssen. Ah, das Feld. Ah, perrekt. 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 Direkt da. Perrekt. Super. Hm. Hä? Ah. Schon besser. Das ist also eine Straße. Wir verbinden das. Und fetzen das direkt durch. Wir fetzen das hier groß, aber wir gehen sogar hier bis an die Straße. Okay, sehr gut. Und das natürlich komplett auszuschöpfen. Mhm, logisch. Sehr gut. Andere Seite natürlich auch. Komplett. Ja, bisschen nach außen noch, ja, da oben auch noch ein Stück. Nehmen wir jeden Millimeter mit. Jetzt wird er einsträchtender, das ist schon cool. Sehr schön. So, dann kommen wir hier direkt die nächste daneben. Ja. Hoffen wir, dass die Straße reicht. Straße ist Straße. Die können wir dann immer noch graden nachher. Okay. Ja, wieso nicht? So, boah. Na ja. So, dann noch nichts dran steht. Wir können direkt Feld an Feld gehen. Geil, sehr schön. Dass der da auch direkt ranznappt ey. Sehr gut. Nehmen wir großzügig mit. Das was wir kriegen können. Ja. Ja. Das sind nämlich jetzt schon 218 Tonnen. 270 Tonnen. So. Sehr schön. Gut. Krass, wie riesig das jetzt ist. Alter. Ui, ja, das ist riesen riesig. Schon groß. Du kriegst eine Ahnung vom Scale. Das sieht alles so klein aus, weil man so schnell zoomen kann. Das ist nämlich das Ding. Warte mal, jetzt fällst du das hier rein, Alter. Guck mal, Digga, das ist ja ass schon groß, ja. Das ist alles angeplatzt, das ist nur Weizen da schön. Das ist so. Plus Weizen. Ah, das ist schön, ja. Ja. Ich will da hin. Oh, Achtung, nicht die Autos unterschieden. Mein Freund. Haben wir das nicht sogar weggemacht, weil die hier alle warten zum hier reinfahren? Ich glaub, ja. Ah, der hat Baumwolle dabei. Ja. Der fährt so rund, Rocken. Ach, lol. Der fährt raus. Der fährt hier durch die Stadt. Das bietet sich nachher an, hier mit dem Highway eine Verbindung zu machen. Dass wir Leute durch die Stadt müssen, dass sie nicht durch die Stadt fahren. Ja. Weil der fährt natürlich jetzt gerade hier durch, auf die Hauptstraße. Da ist er. Ja, 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 klar. Der muss natürlich irgendwie hier hochkommen. Ja. Das kommt dann nur... Es gibt keine Highway Verbindung. Das kommt dann nur, wenn er durch die Stadt fährt. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich... Oh, wir sind gleich blank. Ja, um blank zu sein. Können wir dann vielleicht einen Darlehen nehmen oder so? Ja. Kann ich mal kurz hochfeuern. Solange sie sich nicht beschweren wegen den Steuern, da ist gut. Geld geht runter. Warum? Und den Vergleich aufsinnend ist mit der Besteuerung. Scheiße. Ja. Zufrieden geht runter. Ja. Nicht gut. War nicht gut. Oh, hier stehen die ersten Gebäude mit Läden unten drin. Ah, geil. Sehr schön. Kreisverkehr. Ja. Könnte man auch direkt eigentlich... Ja. Eine Anbindung machen. Boah, krasse Kreuzer schon wieder. Ähm, ja. Okay. Gut. Die Kohle. Scheiße. Warum? Fuck. Wir brauchen immer noch Gewerbe. Was könnte unser letztes Rett... Dann los. Rettdings sein. Rein da. Na, ich bin ja immer häusreich, Alter. Ist ja gar nicht belegt hier. Shit. Gar nicht geil. Ehm, ja. Da, da, da... Hau rein ja. Oh, Geld geht hoch Knappe Sache Villa City, eine Soda-Bar ist das Wie cool ist das denn? Oh, oh, Geld geht wieder runter Scheiße Was war denn das für ein Gebäude? Das ist eine Bar, die kann direkt neben die Schule Guck mal her Oh, Alter Der Laden Das ist jetzt Wie nennt man das? Sowas mit Landwirtschaft Also Landwursten Landwursten Oh nein, es fängt damit wieder an Zwei Bits Dankeschön für die zwei Cent Alter, die Kamera die ganze Zeit Nice, Dankeschön Vielen Dank Vielen Dank für die zwei Bits Danke, danke Der Mann hat mal wieder die 8 Nullen vergessen Aber das macht ja immer Er vergisst das immer Die 20 Millionen Bits Das ist ja ein total Das ist ja ein total Patsch Ja Nee, das werden dann 200 Millionen Bits Das sind 200 Millionen Cent übrigens Das werden dann Paul Fuck this shit, I'm out Fuck this shit, I'm out Der braucht immer noch mehr Gewerbe Was ist denn los? Digga Hier ist alles zu mit Gewerbe Also wir müssen jetzt Wir müssen den Wosten jetzt radik... Der Wosten muss radikal erweitert werden Wir müssen den Wosten jetzt radikal erweitern Wir haben keine Chance Wir haben keine Chance Wir kommen hier nicht weiter sonst Wir haben aber nicht soviel Geld ums zu erweitern Guck mal Das läuft richtig schlecht Knall da schnell dahin, los! Schnell, 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 schnell Schnell einfärben, los! Nur nicht ins Minus gehen Alles, nur das nicht! Das ist mal wieder der beste Beweis dafür Dass deine Bürger auf dich scheißen Ja Du haust hier komplett rein Und sie scheißen einfach auf dich Sie scheißen komplett drauf Auf alles Ja Das ist denn komplett egal, ob wir blank gehen Was ist denn mit der Kamera? Verdammt nochmal! Mon dieu! Hell! Jetzt wird sie jetzt Bleibt wenigstens hell Hahaha! Das ist dein helles Gesicht! Ich glaube deine Stirn spiegelt zu sehr Guck! Guck! Gerade hat es funktioniert Guck! Ich schwör! Die Leute ziehen weg, weil die Steuern zu hoch sind Scheiße! Unser Geld geht hoch, wir haben noch 144 Uiuiui! 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 Schnell! Ja! Moneten! Hahaha! Moneten! Moneten! Ah, was nehmen sie am meisten? Moneten! Wir kriegen wieder Geld, das ist gut Wir müssen hier, oh je, oh je, was kriegen wir? Scheiße! Wir brauchen wieder Wohngebiet Warte mal, wir könnten gucken, ob wir noch die Dienstleistung haben zinken Pass auf, zum Beispiel die Kosten für Bildung Ein bisschen runterdrehen Was zieht man am meisten? Feuerwehr und Rettungsdienst in Zinamei Gesundheitsfürsorge, ach du Scheiße! Ja, das Krankenhaushaushalt rein wie Sau Okay, wir sind im Plus Wir sind im Plus, wir sind im Plus, wir sind im Plus Hoffentlich bleibt das so Ja, ja Ja, ja